Hier ist es meine Aufgabe, noch mal der Synode einige Sätze und etwas zur Synodenarbeit zu sagen. Und ich freue mich, dass ich das jetzt kann, weil unsere Landessynode, die sich jetzt konstituiert hat und die mit ihrem Versprechen jetzt ihre Arbeit aufgenommen hat, die dritte Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist, reiht sich ein in eine große Synodal- und Konzilsgeschichte, die ich ein wenig erinnern will und dann auch noch mal auf unsere Arbeitsweise und Arbeitsformen verweisen. Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, Gottes Wort zu hören und es weiter zu sagen in allem, was wir als Kirche sind und haben und tun, das ist unser Auftrag. Alles dient diesem unserem gemeinsamen Auftrag, so wie es auch in der Verfassung festgehalten ist. Wo Christen zusammen sind und sich dieses Auftrags annehmen, da stellt sich immer auch die Frage, wie ist diese Aufgabe, dieser Auftrag am besten zu erfüllen? Und damit verbunden auch die Fragen seit frühester Zeit, wer kümmert sich um Witwen und Waisen und Arme und Kranke und Gefangene, welche Gebäude benötigen wir und welche Mitarbeiter? Wie kann das Evangelium in der Welt verkündet werden, dass es jeder hört? Wie bezahlen wir die, die es verkünden und unsere Aufgaben? Und was leisten wir uns gemeinsam, um des Evangeliums in Wort und Sakrament und Dienst am nächsten Willen, auch wenn es vielleicht aller ökonomischen Logik der Welt zu widersprechen scheint? Wie folgen wir dem Herrn der Kirche, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, heute ganz konkret mit den Fragen, die wir als Gemeinschaft, als Organisation und als Institution hier und jetzt in Mitteldeutschland zu lösen haben? In solche und viel komplexere Fragen zerfällt der Auftrag Jesu, wenn wir ihn in die verschiedenen Lebensbereiche unserer Kirche hineinbuchstabieren. Und diese Fragen klären kann keiner alleine. Es braucht das Miteinander, es braucht das Miteinander als Synode und das Miteinander der verschiedenen Organe unserer Landeskirche, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Haupt- und Ehrenamtliche, gewählte, geborene und berufende Mitglieder, die mit ihrem Sachverstand und ihrer Klugheit des Herzens, mit der Bereitschaft auf Gottes Wort und die Gedanken der Geschwister zu hören und darin Verantwortung für den Leib Christi zu übernehmen für unsere Kirche, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Wir kommen von Ostern her und deswegen rufe ich Ihnen die Auferstehungsbotschaft zu und bitte Sie laut in Ihren Zimmern und vor den Kacheln zu antworten. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. So bekennen wir es. Und irgendwann war das damals auch in den Jüngern vor Ostern Wirklichkeit geworden. Der Heilige Christ durchbricht ihre Selbstisolation. Er greift sie und erfüllt sie mit Zuversicht. Angst und Schwermut fallen ab. Und ihr Halleluja gewinnt eine Kraft, die Tor und Türen aufreißt. Da gibt es kein Halten mehr. Das Evangelium nimmt seinen Lauf von Jerusalem durch das Heilige Land, über Samaria bis hinaus in alle Welt, ja bis hier nach Mitteldeutschland. Aber auch damals, irgendwann stellt sich die Frage, was macht ein Christen eigentlich aus und wer gehört dazu und was gehört dazu und was brauchen wir? Reicht die Taufe? Müssen sich nicht Nichtjuden beschneiden lassen und besondere Speisevorschriften beachten, um in die Gemeinde aufgenommen werden zu können? Für manche sind das rein pragmatische Fragen. Für andere hängt alles davon ab. Und das kann nicht einer alleine klären. Deshalb kommen sie damals zusammen, schon wenige Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, Petrus und Paulus, Barnabas und viele Apostel und Ältesten, so schreibt die Schrift. Und ich nehme an, damals waren auch die Apostelinnen dabei, die Paulus ja auch in seinen Briefen beschreibt. So berichtet es jedenfalls der Evangelist Lukas von der sogenannten Apostelsynode. Der ersten Synode überhaupt, oft auch Apostelkonzil oder Apostelkonvent genannt. Und es ist immer das Gleiche, was dann später auch in Synoden und Konzilien geschieht. Man trifft sich im Namen Jesu, man hält inne auf dem gemeinsamen Weg, man beratschlagt, wohin die Reise gehen soll und man fällt Entscheidung. Übrigens gibt es von dieser ersten Synode gleich zwei Berichte. In der Apostelgeschichte stehen vier Punkte, die einzuhalten sind, um zur Gemeinde dazuzugehören. Paulus schreibt hingegen im Gaterbrief, sie haben uns nichts auferlegt. Schon damals zwei Lesarten der gleichen Besprechung. Also ist es eine gute Idee, Protokoll zu schreiben. Und ich danke an dieser Stelle allen, die heute hier mitwirken, dass alles, was wir reden und beschließen, auch eindeutig festgehalten wird. In Synoden treffen sich die, die um das Evangeliums willen gemeinsam auf dem Weg sind. Nichts anderes heißt das griechische Wort Syn, Hordos. Syn kennen Sie von gemeinsam und Hordos ist der Weg, auf dem gemeinsamen Weg sein. Wir sind eine Weggemeinschaft. Und Synoden sind auch Wegmarken. In Synoden oder auch Konzilium ist der lateinische Begriff, wurden die großen Fragen diskutiert und all das Grund gelegt, auf dem wir heute stehen. Die Glaubensbekenntnisse mit dem wunderbaren Satz, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Das sind wir. Die Termine für die Feste des Kirchenjahres. Die großen Entscheidungen, wie liturgisch verfahren werden soll, was gebetet und gesungen wird, wie gesegnet und getraut wird. All diese Fragen haben große Geschichte geschrieben. Und dazu gehört auch manch dunkles Kapitel. Denn in Synoden und Konzilien trennen sich die Wege zwischen lateinischer Westkirche und orthodoxer Ostkirche, zwischen den vermeintlich rechtgläubigen und vermeintlichen Ketzern. Entscheidungen werden hier getroffen, die wir heute oft von später her auch als Fehler bezeichnen, aber die nicht rückgängig gemacht werden können. Und manche Verletzung, die hier zugefügt wurde, ist noch nach Jahrhunderten nicht vernarbt. Das trifft nicht nur zu auf die römischen Bischofssynoden zu, die mit dem Konzil von Trient sich ja von unserer gemeinsamen Kirche getrennt haben. Die protestantischen Kirche sind dann den Weg in die Staatskirchen gegangen und haben den Weg der babylonischen Gefangenschaft der Kirche fortgesetzt, der 380 mit der Staatskirche begonnen wurde. Erst 1918 Ende dieser Weg. Und dann waren die evangelischen Landessynoden frei. Aber in den 20er und 30er Jahren das erste Mal im Vollbesitz ihrer Möglichkeiten zur demokratischen Willensbildung nutzen sie diese, gerade auch hier in unseren Vorgängerkirchen, um Führerprinzip und Rassenationalismus zu installieren. Aber dagegen steht auch eine andere Synode auf, die Bekenntnissynode von Barmen, die in unserer Verfassung als unser Bekenntnis auch mit festgehalten ist. Synoden und Konzilien können irren. Deswegen ist ihnen zu widersprechen, wo sie dem Geist Jesu widersprechen. Aber besser noch ist es, auf ihnen den Widerspruch zu kultivieren. Auf Synoden muss gestritten werden. Keiner hat das Recht zu schweigen. Schließlich geht es um nicht weniger als darum, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und wenn wir uns miteinander streiten und uns unsere verschiedenen Positionen zeigen, aber einmütig beieinander bleiben, darin wissend, dass wir im Geist Jesu unterwegs sind, dann können wir auch unterschiedliche Positionen, völlig diametrale Meinungen nicht als Feindschaft, sondern als Wertschätzung verstehen. Ich nehme dich ernst, deswegen widerspreche ich dir, habe einen anderen Antrag, diskutiere mit dir. Denn es geht darum, dass wir auf dem gemeinsamen Weg bleiben und dass sich unsere Wege nicht trennen. Gerade in diesen polarisierenden Zeiten eine wichtige und große Aufgabe. Konzilien können irren, hatte Martin Luther schon auf der Leipziger Disputation 1519 betont. Der Reformator litt an einer grundlegenden Skepsis gegen Synoden, Konzilien, kirchliche Versammlungen, hatten diese doch ein fragwürdiges Abendmahlsverständnis, eine Ablasspraxis dogmatisiert, das Frohn-Leichnams-Fest eingeführt und den böhmischen Reformator Jan Hus nach Beschluss verbrannt. Auch die rutherischen Kirchen verzichteten dann mehr oder weniger freiwillig auf Synoden, ganz zu schweigen von der Beteiligung von Laien an der Kirchenleitung. Dies oblag in den Territorien der Reformation vielmehr den staatlichen Behörden, die in Auftrag der Landesherren, dem Oberhaupt der Kirche, die Amtsgeschäfte versahen. Notbischof der Fürst. Wenn ich hier tausend Jahre Synodengeschichte überfliege, dann ist es über lange Zeit eine Geschichte von Versammlungen von Priestern, Bischöfen und Päpsten, in der alten Kirche manchmal auch eine Äbtissin dabei. Die lutherische Reformation endet daran erstmal grundsätzlich nichts. Etwas anders gestaltet sich das bei den Protestanten in der Tradition der Schweizer Reformation, die ja auch zu unserer Landeskirche gehören. In Frankreich und den Niederlanden, hier hatte sich die Landesherren der Reformation nicht angeschlossen und die Protestanten versammelten sich im Untergrund. Und sie versuchten sich in regelmäßigen Zusammenkünften einander zu unterstützen. Dass es die reformierten Gemeinden sind, die ja miteinander auf allen Ebenen bereits im 16. Jahrhundert presbytorial-synodal strukturieren, war einerseits dem Pragmatismus der Not geschuldet, aber es war auch die Frucht theologischer Überlegungen. Christus, das alleinige Haupt seiner Kirche, betont Calvin, ist uns Prophet, Priester und König. An diesen Ämtern der Gemeinde hat die Gemeinde als ganze Teil und macht sie sich zur Aufgabe, zu verkünden, auszubilden, einander zu ermahnen und füreinander zu sorgen. Entsprechend hat die Kirche nicht nur ein Predigendes, sondern drei beziehungsweise vier Ämter in den reformierten Kirchen und diese wirken zusammen. Aber auch hier keine Laienbeteiligung, sondern nur ein umfassenderes Ämterverständnis. Als die staatlich sanktionierte Gewalt gegen die Protestanten im Westen die sogenannten Huguenotten im 17. Jahrhundert erneut aufflammt, fliehen viele und kommen hier in unsere Gebiete. Der große Kurfürst hat die Tore geöffnet und im Norden unserer Landeskirche sind diese Huguenotten heimisch geworden. Die Glaubensflüchtlinge hatten allerlei mitgebracht, unter anderem eben auch die Auffassung kollegial bestellter Kirchenleitung und Kirchenzucht. Und damit, so hält es das Buch, was Sie da auch zu Synoden lesen können, was Sie auch geschenkt bekommen haben, jetzt ein neues Buch im 13. Jahrhundert Landeskirche über die Schlaglichter der Kirchengeschichte vom frühen Mittelalter bis heute, das ich Ihnen zum Lesen anempfehle. Dort können Sie es auch sehen. Dort heißt es, dass mit diesen Gemeinden zum ersten Mal das Prinzip der Repräsentation und Mitentscheidung seinen Weg in unsere Landeskirche, damals nach Preußen, gefunden hatte. Nach den napoleonischen Kriegen war der Geist der Revolution an vielen Stellen zu greifen und die neuen Ideen von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, von dem gleichen Wert aller und damit auch der Beteiligung aller griffen um sich. Und damals begannen auch die ersten Synoden, damals allerdings auch noch als reine geistliche Synoden, aber sich als Synoden in Preußen zu formieren, 1818 und teilweise auch in einigen thüringischen Gebieten. 1818, die erste Provinzial-Synode zu Magdeburg, am 24. Nummer 1818 beginnt sie. Und ich lese uns einige Worte daraus, weil es doch interessant ist, nach 204 Jahren mal zu hören, was man damals so gedacht hat bei einer der ersten großen Synoden. Ja, dort heißt es, es gibt eine Notwendigkeit, eine Erneuerung und eine Wiedergeburt ist nötig. Und dies ist dringend nötig, denn es sind zwar noch vorhanden Kirchen und Kirchengemeinden samt evangelischem Lehramt und noch immer keimen herrliche Früchte des Glaubens und der Besserung aus diesen heiligen Anstalten empor. Gott sei es gedankt. Aber ist noch das wahre Leben in ihr, das sie ursprünglich nun in ihrer Blütezeit auszeichnete? Ist nicht der Geist von ihr gewichen? Ich will nicht einmal sagen Jesu und seine Apostel, sondern nur der Reformatorin und unserer frommen Väter. Der Geist der Glaubensstärke und Herzensfrömmigkeit und der Freude an gemeinschaftlicher Übung der Andacht. Wankt nicht die Religion, die himmlische, aber von vielen Undankbaren verkannt und verschmähte? Scheint sie nicht zu wanken auf ihrem Thron von der um sie greifenden Macht des Kaltsinns und Unglaubens? Ist die Bibel, dies göttliche Buch, dies höchste Kleinhund und teuerste Vermächtnis, nicht von vielen längst beiseite gelegt und vergessen? Und manchem nur noch ein Gegenstand des Spotts? Schämen sie sich nicht des Evangeliums von Christi, die vereitelten Kinder dieser Welt? Sind die Herzen nicht leer und öde? Vor 204 Jahren, man könnte denken, manches davon als Fragen auch für uns heute. Sicherlich nicht mehr der Thron, auf dem die Religion steht. Davon sind wir schon lange abgestiegen. Aber die Frage, wie kann es lebendig werden? Wie kann der Geist Jesu da sein? Wie kann unsere Arbeit in den Gemeinden und in den Kirchen Früchte tragen? Und hier heißt es dann, aus welchen Quellen und Übeln auch alles Unrecht und Unübel entsprungen ist, auf welchen Wege es so verderblich geworden ist, durch welche Gegenmittel das weitere Vordringen derselben zu hemmen sei, durch welche Einrichtung es möglich werde, zu heilen, was verletzt, gesund zu machen, was erkrankt, wiederzuwecken und zu beleben, was untergegangen und erstorben war. Dies zu erforschen und zu beraten und hierzu Vorschläge zu tun, die nicht etwa nur schöne Träume und fromme Wünsche sind, sondern auf dem Zeitbedürfnis beruhen und zum allgemeinen Frommen sich ausführen lassen. Das ist die große Aufgabe, derer Lösung uns obliegt. So beginnen diese Noten vor 204 Jahren. Ihr Amt aber, der Summe Piskopus, gerade im preußischen Bereich, Friedrich Wilhelm III. findet es zu demokratisch und besteht auf seinem Bischofsamt und so kommt es zu keiner weiteren Entfaltung. Erst später, nach 1848, kommt es nochmal erneut zu einer Entwicklung, gerade auch im kirchlichen Bereich, weil im staatlichen Demokratie in Deutschland nicht gelingt. Und dann in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, Gemeinde, Kirchenräte, Kreis- und Provinzialsenoden werden in den ostpreußischen und preußischen Provinzen abschließend 1873 in einer neuen Ordnung verankert. Festgeschrieben wird hier außerdem, und das ist vielleicht das Wichtigste, nämlich, dass das, was auch uns dann am nächsten ist, dass die Laien einen festen Platz in dieser Versammlung haben. Eine ähnliche Entwicklung findet sich zur selben Zeit auch in den Thüringer Fürstentümern. Sachsen-Meining und Sachsen-Weimar-Eisenach und die ersten thüringischen Staaten, in denen sich auch in den 70er Jahren Landessynoden konstitutieren. Seitdem ist viel passiert. Nach 1918 waren wir gezwungen, uns Synoden zu geben. Die Staatskirche ist vorbei, der Summe Episkopus nicht mehr Bischof, sondern die Kirchen sind selbstständig. Es entsteht eine ganz eigene Synodalarbeit, die dann wieder in der Nazi-Zeit, in die Krise und in der DDR-Zeit eine ganz andere und große Bedeutung bekommt. Wenn wir uns nochmal die Beschlüsse der Synoden der Thüringer Landeskirche und der evangelischen Kirchenprovinz Sachsen in der Zeit der DDR vor Augen führen, einige von Ihnen, die Älteren, waren vielleicht auch bei der einen oder anderen Synode noch dabei. Da ist viel Geist von Jesus Christus in die säkulare Welt auch transportiert worden. Da ist großer Mut gezeigt worden. Da haben die Synoden etwas zur Einheit der Kirche beigetragen und den Weg Jesu Christi durch die schwierigen Zeiten gezeigt. Unsere Kirche hat die Verfassung der Vorgängerkirchen bedacht und eine der modernsten Kirchenverfassungen in Deutschland in einer evangelischen Kirche seit 13 Jahren. Und darin ist in Artikel 54 festgelegt, dass die Landessynode eins der vier Leitungsorgane unserer Kirche ist. Und zwar ist Leitung der Landeskirche als arbeitsteilige Gemeinschaft und gegenseitige Verantwortung gefasst. Es gibt also keine strenge Hierarchie, sondern Aufgaben. Wir als Landessynode sind zuständig für die Fragen der Gesetzgebung, für die Fragen des Haushalts, für die Wahlfragen des bischöflichen Amtes und der Dezernaten und viele andere Fragen und Aufgaben, wie Sie sie in der Verfassung finden. Die anderen Organe, das ist der Landeskirchenrat, der die Geschäfte führt zwischen den Synoden und die Kirchenleitung ist dann das Kollegium des Kirchenamtes als drittes Organ und ich als Landesbischof als viertes Organ. In Barman heißt es in der Bekenntnisnode der dritten These, die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern und Schwestern, würden wir ergänzen. Alle sind dabei, auf einer Ebene miteinander zu arbeiten. Und in unserer Verfassung heißt es, sie erfüllt Aufgaben, die von den einzelnen Kirchgemeinden und Kirchenkreisen nicht ausreichend erfüllt werden können. Und daher besser in der Gemeinschaft der Landeskirche wahrzunehmen sind. Wir haben also auch eine wichtige Aufgabe, sollen aber nicht alles an uns ziehen, sondern das Subsidiaritätsprinzip gilt, was vor Ort und was in den anderen Regionen und in den anderen Organen unserer Landeskirche auf Kreissynodalebene und auf Kirchenkreisebene geleistet werden kann, soll dort geschehen, das andere hier bei uns in der Synode. Die vier Organe arbeiten zusammen. Und es ist wichtig, dass wir einander uns als Kirchenleitung verstehen, im Gespräch sind und miteinander gut kommunizieren, dass sich nicht Kommunikationsprobleme, wie wir sie bei der ersten Synode der Christenheit schon wahrgenommen haben mit den zwei Berichten, sich wiederholen, sondern wir miteinander gut im Gespräch, nicht mit offenen Augen miteinander umgehen und wissen, was wir miteinander beschlossen haben. Es ist möglich, dass jedes Organ seine Aufgaben tut, wie in einem Körper. Es ist unerlässlich und wichtig, aber nicht eins herrscht über das andere, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg. Synode hier miteinander, aber auch Synode mit den anderen Organen. Christus ist der Herr und er weist uns. Und es ist wichtig und zentral für uns, wenn wir uns jetzt als Synode auf den Weg machen, dass wir wissen, dass wir nicht selber alles in der Hand haben, sondern uns leiten lassen von dem, der der Herr der Kirche ist, der Auferstandene. Das Wort Synode taucht einmal im Neuen Testament auf, wieder beim Evangelisten Lukas. Und zwar steht es diesmal bei einer Reisegesellschaft. Also Menschen, die zusammen auf dem Weg sind. Und wenn Sie mal Lukas und das an Lukas Evangelium und die Apostelgeschichte ausführlich sehen, werden Sie merken, dort taucht das Thema des Weges immer wieder auf, dass die Füße auf den Weg des Friedens geführt werden, heißt es am Anfang des Lukas Evangeliums als Gebet, dass wir jeden Morgen beten. Auch der Weg der Jünger zu Elmau ist ein gemeinsamer Weg zu zwei, zu dritt und plötzlich brennt das Herz und Sie spüren, der Auferstandene ist mitten unter Ihnen. Aber auch die Beschreibung der Kirche als neuer Weg in der Apostelgeschichte. Das Wort Synode also an vielen Stellen klingt an, aber hier im zweiten Kapitel des Evangelisten ist eine kleine Weggemeinschaft unterwegs, und zwar ist es die Familie Jesu. Wenn Gott Mensch wird, dann bleibt auch der heiligen Familie nichts erspart. Auf dem Heimweg ist der Knabe plötzlich verschwunden. Und sie sind völlig aufgeregt. Wo ist Jesus? Maria und Josef gehen zurück. Sie suchen ihn und sie finden ihn auf dem Tempelberg. Und wie sie ihn finden, quicklebendig diskutiert er in Religionsdingen, der frühreife Knabe, der frühreife Knabe Jesus inmitten der Jerusalemer Gelehrschaft. Maria zürnt, gnädig ernst, mit finsterer Miene, aber butterweich im Herzen, so wie es wahrscheinlich allen Eltern geht, wenn sie ihre kurz erschrocken, ververlorene gangene Kinder wiederfinden. Ein Stein fällt vom Herzen. Kind, warum hast du uns das angetan? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht, sagt sie. Und der unter Schmerzen wiedergefundene Jesus antwortet, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Eine Frage, so wie Jesus eben Fragen stellt. Und von ihm kann man richtige Fragen stellen lernen. Auf eine Art und Weise, die mitten in die angsterfüllten Herzwinkel hineinleuchtet und dann mit der größten Selbstverständlichkeit zu verstehen gibt. Ich bin da, ich bin hier, ich bin bei dir. Wo sollte ich auch sein? Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich hier bin? Vor uns liegt ein schöner Weg als Weggemeinschaft mit diesem Herrn. Ein Weg mit Festen und Freuden, aber auch mit heftigen Diskussionen und Schwierigkeiten. Wir sind eine Kirche, die vor schwierigen weiteren Veränderungen steht. Die mit dem Abbau weiter kämpfen wird. Die gleichzeitig eine wundervolle, steinreiche Kultur- und Kunstlandschaft hat. Wir sind unterwegs. Auf diesem Weg mit Jesus werden wir ihn nicht verlieren und suchen müssen. Und das, falls er auf der Strecke bleibt, wir ihn finden. Und er uns mit größter Selbstverständlichkeit antwortet. Und das wünsche ich uns immer wieder, dass wir erfahren, dass er sagt, warum habt ihr mich gesucht? Ich bin doch ganz bei euch da. Möge es so sein. Schenke Gott die Fülle seiner Gnade, den Beratungen unserer Synode. Mache er, dass unsere Kirche ein Teil seines Reiches in dieser Welt wird und bleibt. Und wir auf dem Weg hin zu seinem Reich erleben. Was habt ihr mich gesucht? Ich bin doch da. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.